Und jetzt kommt das Schwierige an der ganzen Geschichte dran, denn das Schöne, das homogene Feld ist für jeden Menschen unterschiedlich oder anders. Wir können also nicht erwarten, dass wir sagen, das ist richtig und das ist falsch. Weil was wir immer herausfinden, ist es immer auf den Menschen zugeschnitten. Und das macht das Ganze so kompliziert. Und darum wird die Energiemedizin, wie Arropunktur zum Beispiel, nie wirklich anerkannt werden. Denn die Wissenschaft sagt ja, es ist nur das anerkannt, wenn ich es reproduzieren kann. An jedem Ort, beliebendem Ort, muss ich einen Versuch machen können, der das gleiche Ergebnis hervorbringt. Und das passiert ja in der Quantenphysik nicht, das passiert auch nicht in der Homöopathie, das funktioniert auch nicht in der Arropunktur. Warum? Weil der Mensch unterschiedlich ist. Wir sind so verschiedenartig. Das heißt, dass was für den einen Menschen Gültigkeit hat, hat für den anderen Menschen eben keine Gültigkeit. Und das macht das Ganze so komplex. Die moderne Medizin, die sogenannte moderne Medizinzeit, ich habe eine chemische Keule, die heißt Chemotherapie. Aha, Chemotherapie, ich spritze ich, aha, Zellen sterben ab. Aber wissenschaftlich nachgewiesen kann ich an jedem Ort, beliebten Ort, durchführen und das Ergebnis ist immer gleich tot. So einfach ist das. Leben dünn, das ist keine Kunst, das kann ein jeder. Aber Leben zu bewahren oder auch Leben zu erzeugen, das ist schon schwierig. Morgen, Dr. Wanker wird darüber ein bisschen mehr sprechen, die alles überragende Rolle eines programmierenden Bewusstseins und Unterbewusstseins im Leben für Gesundheit und Heilung. Und da müssen wir sehen, dass nicht wir ein Unterbewusstsein haben, so wie es immer so im normalen Gesprächen oder im Alltagsgeschehen so Informationen weitergegeben werden. Also wir haben ein Unterbewusstsein. Nein, das stimmt nicht. Natürlich gibt es ein Unterbewusstsein. Wir müssen es nur umdrehen. Und das ist jetzt neu wissenschaftlich bestätigt und nachgewiesen. Wir haben nicht ein Unterbewusstsein, sondern das Unterbewusstsein hat ein Ich-Bewusstsein. Alles, was Sie denken und fühlen, hat Ihr Unterbewusstsein schon vorgedacht und vorgefühlt. Und wir sind in Wirklichkeit, wir Menschen, auch Tiere behaupte ich, Informationssammler. Letztendlich wissen wir, Hans-Peter Dürr hat es bewiesen, Max Planck, es gibt keine Materie. Ja, wenn es keine Materie gibt, was sind wir dann? Energien. So, also sind wir letztendlich Informationssammler. Und wenn wir eine Krankheit haben, ist es nichts anderes wie eine Störung in unserem Informationszentrum. Wenn wir das mal in der Beziehung betrachten, dann werden wir feststellen, aha, gibt es da ganz andere Möglichkeiten, uns wieder in die Ordnung zu bringen. Und so sagt eben Dr. Warnke, wir sind Raumzeitkonstruktionen aus Atomen und Massen. Massen sind Atomkernen und Elektronen. Diese Zusammensetzung nennen wir Materie. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist jetzt eigentlich die wichtigste Folie vom ganzen Vortrag. Es gibt freie Elektronen. Sie sehen, ich rede von Elektronen. Und ich werde Ihnen auch beweisen, dass die Elektronen viel wichtiger sind als die Quanten. Es gibt Verfestigungen von Elektronen und es gibt gebundene Elektronen. Und wenn Sie einatmen, was meinen Sie, was Sie einatmen? Luft. Aus was besteht denn die Luft? Aus Sauerstoff, aus Stickstoff, aus Helium, Edelgasen. Und aus was bestehen die wiederum? Aus Atomkernen. Und aus Rum schwirren die Elektronen. Und diese Elektronen haben einen Magnetismus. Und diesen Magnetismus, den Sie einatmen, hat eine Intelligenz, hat eine Information und weiß genau die Lunge. Ah, da kommen meine Freunde, meine Elektronen, die bringen mir Informationen. Und durch diesen Elektronenmagnetismus und durch den Spin, Kennspindomograph, haben Sie ja auch bestimmt schon mal gehört, wird der Spin, die Elektronen so ausgerichtet, dass wir einatmen können, dass das ins Blut geht. Das Blut versorgt unsere Zellen mit Sauerstoff. Und dieser Sauerstoff wird dann wieder so gebunden, dass die Stickstoff oder diese ganzen Abgase mit gebunden wird. Und das atmen wir aus. Letztendlich wird der Magnetismus immer nur transformiert. Auch das Blut. Das geht ins Gehirn und dann sagt das Gehirn, Ey Blut, bleib mir vom Leibe, du tust mir nicht gut. Dein Sauerstoff und dein Eisen, ein bisschen Eisen brauchen wir ja, dass wir richtige Lebenskraft haben, dass man nicht zu müde ist und so weiter, das darfst du mir ein bisschen abgeben. Aber nur begrenzt. Und bei einem gesunden Organismus weiß genau das Blut und das Gehirn, wie viele Elektronen es aufnimmt, und es wieder abgibt. Wenn Sie sich dessen mal überlegen, was das für ein Wunderwerk ist, und dann spricht man von Automaten. Ja, ich darf Ihnen einfach mal das Periodensystem vorstellen. Ich will Ihnen das jetzt nicht durchmachen. Das hier ist zum Beispiel Wasserstoff, das ist Helium, und da habe ich nochmal eine andere Folie. Wasserstoff zum Beispiel besteht aus einem Atomkern, aus einem Proton, und dann ist natürlich das Proton noch mit Elektronen, und außenrum sind drei Elektronenschalen, und die haben jeweils acht Elektronen. Und diese Elektronen wandern ständig um den Atomkern, und wissen Sie, wo Ihre Körpertemperatur herkommt? Haben Sie das schon mal gefragt? Richtig, die Elektronen schwirren um den Atomkern, und je schneller sie umkreisen, umso heißer wird es. Und darum ist der absolute Nullpunkt von der Temperatur minus 237 Grad, glaube ich. Und diese minus 237 oder 34 Grad heißt nichts anderes, das Elektron bleibt auf der Stelle stehen, es dreht sich nicht mehr um den Atomkern. Ein Toter ist kalt, der hat keine Körpertemperatur mehr. Und wenn die Lebensenergie Körpertemperatur wäre, könnte man jeden Toten in einen Backofen schieben, 37 Grad einschalten, und der Mensch würde theoretisch wieder leben. Ist aber nicht der Fall. Die Lebensenergie, und darum bin ich ein Fan für natürliche Heilmethoden, wir wissen nicht, aus welchem Stoff die Lebensenergie besteht. Kein Mensch weiß es. Wir können einen bestimmten Spektralbereich messen und nachweisen. Wir können es sogar hörbar machen, dank Nanotechnik. Aber aus welchem Stoff die Lebensenergie besteht, wissen wir nicht. Und das hat mit ihrer Persönlichkeit noch gar nichts zu tun. Also kommt da noch eine andere Ebene auch noch zusätzlich dazu. Gut, das ist dann nochmal. Wenn wir jetzt eine Zelle mal beobachten. Sie hat eine gesunde Zelle. Und wenn wir ja von Gesundheit und Krankheit reden, meinen wir immer den Körper. Das heißt also, eine gesunde Zelle hat 70.000 Millivoltmeter Spannung, durchläuft 100.000 chemische Prozesse in einer Sekunde. Jetzt überlegen Sie mal, ob Sie schlafen, ob Sie aufgeregt sind, ob Sie gesund sind oder krank sind. Ihre Zelle muss 100.000 chemische Prozesse in einer Sekunde durchlaufen. Und wenn sie eben nicht richtig durchläuft, dann gibt es eine Störung. Und diese Störung, die gefällt uns nicht. Jetzt stellt sich doch die Frage, wenn E-Eis aus Atomen besteht und aus Elektronen, stellt sich doch die Frage, wie kann ich die Information, den Magnetismus so erzeugen, dass die Elektronen wieder in die Ordnung kommen. Und das ist das große Geheimnis. Das heißt also, wir wissen aus der Physik heraus, hier das einen Atommodell, ein Proton besteht aus Quarks, ich will jetzt gar nicht so tief in die drei Quarks, in die atomare Struktur reingehen, aber hier sehen Sie im Endeffekt, wie die Elektronen um den Atomkern herum schwirren. Und wenn die Elektronen auf einer anderen Elektronenschale springen, dann erzeugt ein Quant, dann erzeugt es Phononen, dann erzeugt es Photonen. Also es werden noch mehrere Informationen weitergegeben. Die Phononen sind zum Beispiel verantwortlich, dass Schallwellen produziert werden, dass sie mich verstehen können zum Beispiel. Ohne Phononen würde diese Schallwellen gar nicht existieren. Hier Baukasten der Schöpfung, aber die Materie. Das hat noch nichts mit Geistwesen zu tun oder mit entsprechenden seelischen Komponenten. Hier 2012 hat man das heißersehende Higgs-Teilchen schon mal gefunden. Man versucht es jetzt noch einmal zu finden. Auch wenn sie es dann gefunden haben und jetzt, was passiert dann? Deswegen lebt es ja immer noch nicht. Fakt ist aber, dass diese Elektronen, elektrische und magnetische Ströme, Einfluss auf die Materie nehmen, ebenso wie Geist und Bewusstsein durch den energetischen Magnetismus. Und ich glaube, ich bin einer der ganz wenigen Wissenschaftler, die behaupten, es gibt zwei verschiedene Arten von Magnetismen. Ein Magnetismus, das die elektrischen Geräte erzeugen, die uns natürlich auch beeinflussen, ganz klar. Positiv wie wenige positiv. Elektrosmog zum Beispiel ist nicht so gesund. Aber der Geist wird ja auch die Materie beeinflussen. Das beweise ich Ihnen. Ich bitte Sie mal alle aufzustehen. So, und jetzt können Sie sich wieder setzen. Jetzt frage ich Sie, wer hat Ihren Körper beeinflusst? Sie laufen den ganzen Tag um, Sie bewegen Ihren Körper. Wie macht er das? Man muss sich doch einfach nur mal mit ganz einfachen Dingen mal fragen, wie funktioniert Laufen. Sie laufen den ganzen Tag und wissen nicht einmal, wie es funktioniert. Stellen Sie sich das mal vor. Man macht es halt einfach, ne? Es sind eigentlich die Magnetismen. Und es läuft ja unter Bewusstsein ab. Und jetzt hat man sogar Versuche gemacht in der Neurowissenschaft. Dort, wo Sie Ihre Gedanken hinlenken, Ihr Bewusstsein hinlenken. Denken Sie mal an Ihren rechten Fußzeh. Bewegen Sie ihn mal. Dann nehmen Sie ihn auf einmal bewusst wahr. Wissen Sie, was jetzt da passiert? Eine energetische Energie fließt in Ihren rechten Fuß, in den Fußzeh rein und Sie nehmen ihn auf einmal bewusst wahr. In dem Moment können Sie Ihren linken Fußzeh nicht wahrnehmen. Obwohl, da sind Sie auch verbunden, ne? Aber dort, wo Sie Ihr Bewusstsein hinlenken, dort fließt diese Lebensenergie verstärkt hin. Und da wird auf einmal ein geistiger, physikalischer Prozess eingeleitet. Und jetzt kommt es darauf an, was Sie einleiten. Wollen Sie ihn hochheben? Wollen Sie ihn senken? Wenn es weh tut, dann schwillt es an. Und darum gibt es einen Schmerz. Schmerz hat auch eine Information, dass Sie aufpassen, was Sie mit dem Fuß oder mit dem Ellbogen machen, wenn Sie sich am Ellbogen gestoßen haben. Dann fassen Sie an, machen Sie automatisch. Und auf einmal geht der Schmerz zurück. Sie erzeugen Magnetismen. Und mit diesen Magnetismen können Sie also geistig sowie auch seelisch beeinflussen. Sie können also mit Ihrem Geist und mit Ihrem Bewusstsein Ihren Körper beeinflussen. Und die Quantenebene beweist das. Na ja, schön, dass wir jetzt wissen, dass wir denken können und dass wir aufstehen können und rumlaufen können. Fakt ist, dass die Biophysik von den lebenden Systemen und Zellstrukturen sowie kollektive Prozesse in der Quantenfeldtheorie kohärente Prozesse, Zellorgane und Körperabläufe nachweisen können und die Quantenphilosophie und Bewusstsein letztendlich eine ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn man sich dessen mal bewusst ist, dass es eigentlich gar keine Krankheit gibt, haben wir heute schon irgendwo mal gehört, sondern letztendlich nur Störfelder, das heißt also, wir haben irgendwo nicht aufgepasst. Wir haben einfach irgendwo uns verleiten lassen. Da stellt sich die Frage, was ist denn da in uns passiert? Wo habe ich denn da nicht aufgepasst? Also muss ich wieder mal in mich gehen, denn letztendlich habe ich mich doch auch selbst krank gemacht. Und so, wenn ich mich selbst krank gemacht habe, kann ich mich auch selbst hochkommen, wieder gesund machen. Aber Achtung, jetzt gibt es natürlich Prozesse und wenn man mich ein wenig erkennt, weiß, dass ich eigentlich kein Gegner für die Schule mehr ziehen bin, denn Antibiotika hat auch seine Berechtigung. Es hat eigentlich alles seine Berechtigung. Es stellt sich nur die Frage, wie setze ich es ein und wie stark setze ich was ein? Und das Gemeinsame, das wäre nämlich das Ideale. Weil was bringt es, wenn ich dann sage, ich bin so schwach, ich kann nicht mehr und eine Penicillinspritze würde mir auf einmal diese Arbeit abnehmen, diesen Virus, diese ganzen Schädlinge zu bekämpfen, um dann wieder klar denken zu können. Das ist doch eigentlich auch ein positiver Effekt. Also man muss die Sachen schon sehr realistisch betrachten im Endeffekt. Und das Ganze hat natürlich die Medizin, die Energiemedizin, die Informationsmedizin sich die Frage gestellt, okay, es gibt Pflanzen, die uns heilen, es gibt die Akupunktur, die uns heilen, Akupunktur funktioniert auf den gleichen Gesetzmäßigkeiten, den Magnetismus, auch das hat man herausgefunden. Und es gibt auch das Bewusstsein letztendlich. Und wer hat das jetzt alles überhaupt herausgefunden? Da gibt es nämlich ein Gesetz, das Weber-Fechner-Gesetz. Das waren zwei Wissenschaftler, einmal der Herr Weber und einmal der Herr Fechner. Und die beiden haben sich, muss man dazu sagen, der eine war älter, der eine hat das andere aufgebaut, er hat also festgestellt, dass die ganze Biologie, die ganze Pflanzenwelt, auf Logarithmen aufgebaut ist.